Dieses Workout ist für Leute ohne Humor nicht geeignet. Es gibt ein kleines Workout. Hundi rennt schon mit mir. Erstmal aufwärmen und durch die Gegend laufen. Füße hochheben beim Laufen. Die denkt sich auch so, was macht die? Ich glaube, ich muss immer ein bisschen höher stellen. Dann seht ihr mich nicht. Auch zu hoch. Jetzt ist es Zeit, ein bisschen warm zu machen. So. 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 Der möchte gern Ball. Hast dein Spielzeug? Wo ist es? Wo ist dein Spielzeug? Wo ist dein Spielzeug? Wo ist es? Wo ist dein Spielzeug? Ich weiß gar nicht, was du mögen sollst. Aufstehen oder liegen, gell? So ein süßer Hund. Jetzt will meine Bands haben. No way, kriegt sie nicht. Den trainiere ich jetzt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, Hundi. Doch, doch. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Sie hat Angst. Nein. Nein. Hey, hallo. Hey. Wo bist du? Na um den Dreck, hey. Oh ja. Komm her, komm her, komm her. Oh nein. Kleiner Flitzer. Kleiner Flitzer. Ja. Fein. Wo ist Truff? Truff? Strinne. Achso, hä? Ach, ach. Jetzt gibt's Essen. Super Workout für zu Hause. Super Workout. Wie sag's euch. Wie sag's euch. Das ist ein super Workout für zu Hause. Es ist toll auf sein. стр shell. Wie back'm uns zu Hauseit mit Gerst. ... ... ... ... ... Jau, muss ich sagen, das fühlt sich richtig gut an. So, ihr habt es gesehen. Drei Bandsübungen, kurz für zwischendurch. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch auch ganz viel Spaß dabei. Ob mit Bands oder ohne Bands, beides war möglich. Bis bald.